Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld. Heute zu einer ganz besonderen Folge. Und zwar müssen wir heute vorbereiten. Morgen kommt eine Sonderfolge von Hof Hirschfeld mit vielleicht neuem Ingame-Content. Könnte sein. Schaut auf jeden Fall rein. Also wir müssen aber hier aufräumen dafür. Das heißt, wir müssen hier vorbereiten und wir müssen uns ein Feld suchen und da ein bisschen, was weiß ich, mal schon, wie gesagt, reine Vorbereitung treffen, vielleicht so ein paar Traktoren an den Shop bringen, sodass wir in der nächsten Folge, morgige Folge, super Folge Hof Hirschfeld was vorstellen können. Deswegen habe ich auch tatsächlich und habe es wirklich, die beiden Kollegen hier, wir sind jetzt so oft gestartet in der letzten Zeit hier auf diesem Feld, die sind die ganze Nacht durchgefahren schon wieder. Und ihr seht es unten bei Cosplay. Ich behaupte, da sind mittlerweile gut 25, fast 30 Stunden, dass die Traktoren hier gefahren sind und Pappeln gemacht haben. Aber die sind bald fertig. Guckt euch das mal an. Also das ist ja wohl mal und das ist wirklich XXL. Das stimmt, das Feld würde größer gehen, aber die Arbeitsbreite bei der Nummer hier. Zwei Helfer, die hier ein Feld mit Pappeln ansehen und völlig autark, ohne dass ich drauf achte. Wirklich, ich habe die über Nacht laufen. Also ich bin wirklich, ich habe das angestellt, bin schlafen gegangen und habe geguckt, wie weit die Jungs kommen. Klar, ich habe vorher eine Sicherung gemacht, das kann ja immer passieren. Aber hier sind 35.000 und ich sage nochmal 35.000 Wegpunkte. Ihr seht ja dieses engmaschige Netz hier gerade. Und die fahren absolut tipptopp, völlig alleine und ziehen das hier durch. Also da muss man weg sein. Natürlich, ich musste den bei den Pappeln halt den Helfer so einstellen, dass der kein Saatgut nachholt, sondern gekauft wird. Das ist einfach so, weil das bei den Geräten hier nicht nachtankt automatisch. Hätte ich natürlich auch machen können, aber guckt euch mal an, wie die Geräte aussehen. Die sind völlig runter. Der Traktor muss dringend in die Werkstatt. Aber hier unsere Helferin, die hat gesagt, Mario, ich ziehe das durch. Ich mache das hier komplett alleine. Ich habe dem Traktor ein paar Schmiernippel nachgezogen. Das läuft alles. Der muss da jetzt soweit durch. Danach kommt er in die Werkstatt, aber der schafft das. Das ist ein gutes Gerät. Und der andere Helfer auch. Die sind hier, die wollen hier richtig Gas geben. So, aber wie gesagt, letzte Folge vor der Superfolge Hof Hirschfeld. Deswegen müssen wir ein bisschen aufräumen. Und ihr wisst ja aus der letzten Folge, ich habe einiges zum Shop fahren lassen. Da steht ja, seht ihr hier, da steht auch einiges rum. Wir wollten ja eigentlich den, ähm, den Bereich hier freiräumen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Erstmal muss ich gucken, dass er es vorbereitet. Und ich würde auch tatsächlich sagen, wir werden hier die letzten Felder kaufen. Hier 22 und 23. Mehr gibt es einfach tatsächlich auf der Karte nicht. Wir sind dann mit Feldkäufen durch. Was aber nicht schlimm ist. Wir haben noch genug zu tun. Ich mache das jetzt aber tatsächlich einfach mal, damit wir da entsprechend auch Bodenbearbeitung machen können. Damit wir säen können, grubbern. Ähm, ein kleines Grasfeld habe ich hier oben fertig. Also, vielleicht wisst ihr ja, was da auf uns zukommt. Was wir uns morgen angucken können. Shop habe ich gesagt. So, hier hat man gesagt, wir wollen auf jeden Fall erstmal aufräumen. Wir haben gesagt, die ganzen Geräte können wir verkaufen, die hier ankommen. Und da ich nach dem letzten Mal Feierabend gemacht habe, ist Autodrive da auch nicht mehr aktiv. Die stehen dann tatsächlich hier rum. Deswegen fahre ich die jetzt mal hier so in den Trigger rein. Ich hoffe mal, das passt alles. Jetzt habe ich natürlich genau... Ah ne, habe ich den Trigger nicht überfahren, das geht. So, dann gucken wir mal. Äh, ja. Ja, wie gesagt, in der Menge brauchen wir die einfach nicht, ne. Das war... Da haben wir wirklich zu viel Zeug auf dem Hof gehabt. Und ja, ihr seht, das ruckelt auch teilweise noch ein bisschen. Ähm, weil CP mit der Menge ist tatsächlich einer meiner Prozessoren ziemlich unter Last. Wenn ich da so drauf gucke, das kann ich schon sehen. Aber, ich finde, dafür geht das noch relativ ordentlich. Ah, ist schon auch ein bisschen schade. Also mit dem Actros haben wir... Der hat uns wirklich lange Zeit begleitet, ne. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, schon auch ein cooles Gerät. Ähm, und trotzdem, man muss sich auch mal von älteren Geräten verabschieden. Tudu, tudu, wir brauchen einfach in der Summe nicht, ne. Also, es ist besser tatsächlich, wir gucken mal, dass wir unterschiedliche Funktionen noch dazu bekommen. So, das ist auch ein richtig, also urkrasses Gefährt hier. Fünf Achsen vorne. Kann noch was ziehen. Das ist schon Hammer. Den wir ja wahrscheinlich so nicht hier drauf kriegen, ne, oder? Ich stelle mal so drauf, da könnte sein, dass der Träger den komplett trifft, oder? Wir gucken mal. So, hier, ein paar Dauts. Und das ist sogar noch ein bisschen Geld zustande gekommen. Guckt euch das mal an. So, was können wir denn noch aufräumen? Können wir tatsächlich hier oben da noch weiter machen? Ne, hier wollten wir tatsächlich auch die Geräte weiter sehen. Wie gesagt, ich bin mal total gespannt, wie das bei Cosplay weitergeht. Aber was haben wir denn hier? Hier hinten ist leider natürlich schon angesäht, ne. Das wäre natürlich schön gewesen, dass man da auch noch mal was macht, aber... Oh, oh. Oh, oh, Freunde. Oh, jetzt aber mal hier ganz pronto. Oh nein, da wächst es schon durch. Das ist... Oh, 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 oh. Ja, das ist, wenn man die die Helfer hier die ganze Nacht arbeiten lässt, dann hat man auf einmal das Problem, dass man nicht mehr hinterherkommt mit dem ganzen anderen Zeug. Und bei dem Feld... Oh, oh, oh. Also, hier beim Rücksitz-Zentrum ist noch irgendwas, was tatsächlich für Probleme soll. Vielleicht sind wirklich die Feldbinder. So, ich... das, was wir hier noch möglich haben, das fahren wir jetzt mal hier durch und machen mal ganz flugs das Unkraut raus. Und ich behaupte auch, wir haben zu wenig gedüngt, ne. Mann, Mann, Mann. Ja, Unkraut raus. Ja. Oh, was? Gott. Wir haben nur eine Düngstufe, also, weil die Sämaschine, die wir haben fahren lassen, nicht mitgedüngt hat. Oh, bitter. Das ist wirklich bitter. Naja. Das ist so. Dann müssen wir da halt durch. Ja, gut. Hier bringt es natürlich nichts mehr. Das war klar. Aber trotzdem, mit dem Streifen, da nehmen wir noch mit. So richtig ein schönes Feld. Also, ist schon cool, wie die Sämaschine das hier so in Ecken angesät hat. Wenn ich gerade, wenn ich den Standardhelfer fahren, das kriegt ihr das hin. Ach komm, versuch mal den Standardhelfer. Vielleicht schafft ihr das, ja. Soll auch schon mal funktioniert haben. Dann gehen wir uns noch die Düngerspritze. Soll ich wirklich ein bisschen Gas geben. Oh Mann. Ja, ich weiß, das ist eine Düngestufe. Aber es ärgert mich dann doch. Wenn man das so verpeilt hat, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber müssen wir auch mitleben. Gut, BGA ist natürlich leer. Wie soll es auch anders sein? Mal gucken mal auf hier. Das ist auch schon komisch, ne? Wie lange habe ich schon die Spritzen gemacht? Irgendwann muss ich die hier tatsächlich auch mal weggeben. Dann kommt die unsere veränderte Düngerspritze noch. Aber die habe ich seit Anfang an hier auch, die Hadi. Ihr seht, ich bin so ein bisschen kann mich schwer von Sachen trennen. Ja, das ist dann auch so ein bisschen ja, emotional will ich nicht gerade sagen. Aber es ist schon so, dass ich ungerne alte Geräte abgebe, die mich lange hier in so einer Aktion begleitet haben. Mal gucken, ob der da unten noch drehen kann. Naja gut, der fährt auf jeden Fall schon mal. Ich hätte gedacht, der müsste schon mal irgendwie wieder hochgefahren sein, oder? Sieht gerade auch eher so aus, als würde der stehen. Oder? Was macht der da? Also er macht irgendwas. Aber er fährt auch sehr vorsichtig. Ach, guck mal, das Decol da drauf, das hat eine eine geringere Clip-Distanz. Seht ihr das? Das Logo ist gerade verschwunden. Kann ich aber nochmal nachbauen, ne? Geht ja nicht. Geht doch nicht. Oh nein, das, äh, Entschuldigung. So, weißt du, ich fahr mal an dir vorbei, was hältst du davon? Ist okay, ne? Ein bisschen Glück können wir nämlich tatsächlich in Teilen noch eine zweite Düngstufe draufkriegen. Da habe ich vielleicht drüber nachgedacht, aber die, ähm, Pflanzenschutz sorgt ja dafür, dass der Boden sich verändert. Vielleicht kriegen wir da nochmal einmal, können wir da gleich einmal noch hinterherfahren. Das ist grobe wenigstens haben. Wo ja, beim Logistik 10 ist auf jeden Fall noch viel aufzuräumen, ne? Das wird schon noch spannend werden, was da alles zu tun ist. Aber, ich freue mich tatsächlich, dass das, ähm, Pappel-Thema jetzt fast ein Ende gefunden hat. Ich fahre jetzt mal am Feldrand lang. Ich weiß nicht genau, wie die Breiten hier sind, aber ich denke, wenn wir dreimal hoch und runter gefahren sind, dann müssten wir einen Großteil erwischt haben. Aber irgendwie, gefühlt, ist der Helfer ganz schön langsam unterwegs, oder? Da müssen wir eben reinsteigen. Vielleicht ist da irgendwie die Geschwindigkeit eingestellt. Ja, das hat mir gedacht. Hier machen wir mal schneller, Freundchen. Das ist so wie so kriechen. So. Ja, aber das passt auch ungefähr. Also ich glaube, wirklich mehr müssen wir dann machen, da fahren dann drei mal rüber und dann gucken wir jetzt mal, ob das wirklich funktioniert mit der zweiten Düngstufe. Dann hätten wir wenigstens mal zwei Drittel des Feldes noch rumgebogen, ne? Ja, es geht mir nicht ums Geld, aber irgendwie, ihr wisst, wie es ist. Ich habe es ja doch ein bisschen getriggert. Ich möchte das doch irgendwie sauber hinbringen. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. was sollt ihr mal eben hier losfahren. guck mal, das geht, das geht. Ah, guck mal, hat sich das doch gelohnt. Dieses Muster da drin ist schon noch welch der Hammer. da können wir sowieso nicht so viel mit. Helfer I wird durch ein Objekt blockiert. wo ist der Helfer I? Ach so, der ist hier. Okay, das ist nicht so schlimm. So, guck mal. Ah, das ist okay. da haben wir das Schlimmste ja noch irgendwie vom Tisch gezogen. Ich weiß überhaupt gar nicht, meint ihr, Pappeln reagieren auf Düngestufen? Wisst ihr das? Wüsste ich ja schon gerne, ne? Ja, vielleicht meint ihr, ich fahr da trotzdem drüber. Sicher ist sicher, ne? Wo ich mir da nicht so richtig sicher bin, ob die da wirklich drauf reagieren. So, was machst du jetzt hier? Ah, ich wollte nicht ausweichen, dass du ausweichen wäre, ist eine blöde Idee hier. Ah, nee, macht das aus. Es ist immer blöd, die Dünger laufen zu lassen. So, was machst du jetzt? Nein, hör auf! Das ist doch nicht clever, was du tust. Hätte ich mal den intelligenten Hilfe drauf angesetzt, ne? Guck, fahr mal den jetzt mal eben zurück. Das übrigens auch. Diese Schwarte, die da liegt. Irgendwann vor vielen, 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 vielen Folgen ist mir tatsächlich mal der Big M durchgebrochen und einfach auf, weißt du, der Server so ein bisschen, oder wahrscheinlich der Server, der Rechner mit Cosplay berechnet und das ist ja einfach geradeaus durchgefahren. Die Pferde sehen übrigens auch witzig aus, bevor die anfangen sich zu bewegen. Und irgendwie liegt die Grasschalt immer noch da. Da seht ihr mal, wie lange wir hier schon dran sind und welches Zeug da läuft. So, kannst du laden? du kannst laden. Dann lassen wir den mal laufen. Eigentlich können wir den LKW auch mal weggeben. Ja, ach, wirst du was machen, das jetzt direkt? Dann lassen wir den mal zum Shop fahren. Okay, er dreht hier. Naja, wie auch immer du den Weg zum Shop findest, ist mir egal. Fahr einfach hin. So, und hier auf dem Feld werden wir auf jeden Fall dann Gras mähen morgen. Ich kann schon so viel sagen. Erscheint morgen um 11 Uhr die super Sonder Mega Folge. Applaus. Nein, ich kann es noch nicht sagen. Ich sage es noch nicht. Ich sage es nicht. Es mag Findige unter euch geben, die wissen, was da kommt. Und für die, die es nicht wissen, ist auch nicht schlimm. Die, die es wissen, sehen es auch nicht früher, als die, die es nicht wissen. Außer natürlich, die, die es wissen, wollen es unbedingt sehen und schalten ein. Es ist aber genug von denen, die es wissen und nicht wissen. Gucken mal, dass wir jetzt den, ich lasse da nicht Cosplay drauf an, nur weil Cosplay halt hier Vorgewinde wahrscheinlich fahren wollen würde. Ich lasse den Helfer jetzt fahren, aber die anderen beiden Helfer müssen ja auch noch weitermachen. Und die wollen ja auch noch den Grundkurs dann fahren. Ja, hier vorne, das hat irgendwie mit der, also warum das da nicht hundertprozentig flächendeckend angesät ist, ist halt so. Und hier vorne hatten wir ja noch ein paar Probleme beim Anstellen, aber ich finde das nicht schlimm. Da lassen wir auch keinen mehr fahren. Ihr seht auch, die Pappeln sind schon in der nächsten Wachstumsstufe. Sollen sie auch sein und Spaß damit haben. Man könnte sagen, guckt euch mal die Breite hier an, das passt genau für die Rubicon. Das sind die Fahrröhlen. Also ich weiß nicht, ob auf Pappelndünger irgendwie Sinn machen würde. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob Giants überhaupt darauf reagiert, die Engine. Können mal gucken, ob das überhaupt hier ansetzt. Irgendwie wird dazwischen was gedüngt. Aber ob das jetzt so richtig hilfreich ist? Also ich glaube, da wo die Pappeln stehen, wird nicht gedüngt. Wir gucken mal, hier auf dem geschlossenen Feld können wir ja mal das ankommen. gucken. Ah doch, hier wird vollständige Düngestufe angezeigt. Naja, bitte einfach mal hoch zu den beiden Kollegen und gucken wir mal, der so läuft. Pappel. Ja, ist schon verrückt, also ich bin in der letzten Zeit noch öfter mit Pappeln aufeinander getroffen in verschiedenen Projekten jetzt. Aber ich behaupte, die wenigsten haben Pappeln so angesät, wie wir das hier gemacht haben. Ach, guck mal, es ist ziemlich genau der Untergrund, da wo die Pappeln stehen, wird tatsächlich gedüngt. Ja, weil die Seelstufe jetzt dazwischen ist, ne? Nur bitte. Also, wie die zwei hier ihre Bahnen ziehen, das ist wirklich beeindruckend. Da muss man auch nochmal Hashtag Cosplay loben. Lieber Tensuko, falls du diese Folge siehst, ich weiß, du siehst hin und wieder meine Folgen. Hammer. Also, ohne Quatsch, also viele meckern ja immer, Cosplay funktioniert noch nicht und läuft noch nicht sauber und dies und das und jenes. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das ist völliger Quatsch, wenn ich sehe, dass hier so ein Feld so entspannt durchläuft und alles andere. Natürlich gibt es Probleme, wenn man verschiedene Sachen anstellt und einstellt. Da ist aber auch, das ist auch komplex, was das Ding hier leisten muss. Aber wir hätten so ein Projekt hier nicht machen können. So ein Papelprojekt, also ich hätte die nicht angesehen, wäre hier nicht 50 Stunden und mehr über das Feld gefahren und hätte Pappel angesäht. Dafür ist mir dann meine Zeit doch ein wenig zu schade, muss ich zugeben. Und die Helfer kommen ja nachher dann auch irgendwann noch in die Vorgewände rein, die da angesäht werden müssen. Guck mal, hier sind überall die Streifen drin, obwohl das in der Karte wirklich als deckend angezeigt wird. Aber gut, das ist vielleicht auch nicht, wie gesagt, ist bei der Menge und Größe auch egal. Also ich denke, ihr habt auch schon geschrieben, wir werden Hackschnitzel bis zum St. Nimmerleins Tag haben und genau so ist es auch. Hackschnitzel bis Ultimo. 6.947 für sonstiges. Ach so, die Spritze. Na dann. So, jetzt haben wir hier einmal rundherum. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, habe ich irgendein GPS eigentlich mit drin? Das auf jeden Fall schon mal nicht. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe nicht ein GPS-Toon, aber ich brauche auf jeden Fall VCA. Also das geht ja so überhaupt nicht. Jetzt muss ich hier Blindflug fahren, oder? Ist ja gut, dass da oben wenigstens ein Teil schon gedüngt ist. Wir können ja mal gucken, was der Helfer macht. Auf jeden Fall hier gerade fahren. Durch das Vorgewende könnte sein, dass der das einigermaßen hinkriegt. Also das hier ist schon. Guckt euch das mal an. Ja, ich bin tatsächlich jedes Mal wieder fasziniert von der Nummer. Sag ich euch ganz ehrlich. Ja, und hier hätten wir natürlich auch schon durch sein können. Also hier hätte ich schon längst angepflanzt sein können. Das Problem ist, ich wollte nicht anpflanzen, während die Helfer nachkaufen, aber vielleicht tue ich das dann trotzdem einmal. Was ist das denn hier? Ein einzelner Baumwollball noch, oder was? Ist auch nicht richtig. Ach, guck mal, meine Pflanzmaschine habe ich am Hof. Aber, passt mal auf, Freunde, in der Sonderfolge morgen, da machen wir das. Da gibt es nämlich auch die Möglichkeit einzupflanzen. Da können wir hier richtig, ach, das ist eine super Idee. Da können wir hier richtig grubber Action, volles Rohr starten. Das funktioniert hervorragend. Das wird richtig gut. So, da können wir hier grubbern, da können wir hier Baumwolle anpflanzen, das können wir holen lassen, da können wir direkt CP-Fähigkeit testen. Sonder-Mega- Master-Folge. Wah! So, haben wir hier. So, was müssen wir denn noch machen? Zwingend. LKW muss noch weg, ne? Den kleinen Gabelstapel lassen wir auf jeden Fall da. Kann man immer mal gebrauchen. So, aber wir wollten auf jeden Fall ein paar Traktoren zu in jeden Fall lassen, ne? Das machen wir auch. So, das übrigens tatsächlich, also ich habe den immer noch hier stehen gehabt, das ist der Autoload-Auflieger aus einer der ersten Folgen und einer der ersten, also der steht über ein Jahr hier auf dem Hof. Habe ich einfach nicht mehr im Einsatz gehabt, weil ich ja gesagt habe, ich mache irgendwann eine realistische Nummer hier, mit selber verladen und so ein Kram. Ach, übrigens absolut, apropos selber verladen, ne? Hier müsste ja, oh ja, hier sind auf jeden Fall ein bisschen was weitergegangen. Aber Baumwolle haben wir noch bis zum Sankt-Nimmerleins dacht, das kann ich euch sagen. Aber guck mal, hier geht es auch nicht weiter, wir müssen nämlich hier runter. Guckt mal, Freunde, hier ist Action angesagt, würde ich sagen. Mann, 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 ja, das ist wenn man die, wenn man einfach mal 50 Stunden, ne, 35 Stunden die Helfer durchfahren lässt, dann hat man das, dann hat man auf einmal die Träger irgendwo voll. Aber der Tuchfabrik tut mir das tatsächlich auch weh, weil die, die läuft schon extrem langsam und dadurch, dass jetzt die Trigger hier voll waren, konnte der entsprechend nicht weitermachen. Das ist ein bisschen schade. Übrigens, ich muss mir nochmal einen Ballenspieß holen, ich habe ja mittlerweile herausgefunden, dass es einfacher ist, ja komm, dann schiebe ich dich halt so dahin, dass es einfacher ist, die Paletten mit Ballenspieß so, ja, Ballenspieß funktioniert physikalisch natürlich nicht, aber irgendwie funktioniert Physik im Giants ein bisschen ein, Farming-Simulator ein bisschen anders. Und zwar ist es tatsächlich so, ob ihr es glaubt oder nicht, dass man Strohballen besser mit der Palettengabel transportieren kann, wohingegen man Paletten besser mit dem Ballenspieß transportieren kann. Obwohl, wer von euch zuschaut und moddet, versucht das doch mal. Vielleicht kann man die Kollisionen von einer Ballen, von einem Ballenspieß in so eine Palettengabel einbauen und die Kollisionen von so einer Palettengabel in einen Ballenspieß. Ne, das würde dann die Optik nicht zerstören, aber man hätte eine bessere Physik. Hey, das ist eigentlich eine gute Idee. Liebe Modder, wer da Bock drauf hat, das mal auszuprobieren, das täte ich vorstellen. Also da gibt es auf jeden Fall eine Mod-Vorstellung von mir, wenn ihr das wünscht, natürlich nur. Weil das, wir wissen das alle, dass das besser funktioniert, aber die Optik wollen wir eigentlich auch gewahrt haben und wir wollen ja auch immer den Farming-Simulator ein bisschen verbessern und das wäre meines Erachtens eine hervorragende Verbesserung. Das Problem ist, wenn ich den da raufschiebe auf die Gabel, dann kriege ich den dann nicht mehr runter, das wissen wir auch schon. So, aber die haben wir jetzt gleich. Es ist blöd, dass wir die jetzt zweimal anpacken müssen, wäre natürlich cooler gewesen, wenn wir die direkt wegtransportieren können. Eigentlich haben wir da auch genug für. Also genug Geräte, um die wegzutransportieren. Ja, muss man auf der Spitze jetzt gerade fahren, das ist jetzt so. Ich überlege mir gerade ob diese 4000, die da angezeigt werden, an der 87 Liter. keine Ahnung wo der die jetzt gerade hinstellt, aber der braucht bestimmt mehr. So, sind auf jeden Fall hier bei den Tuch Paletten drauf. So, das haben wir doch schon mal geschafft, dann werden wir nochmal eben bei der Ach, guck mal da vorne gibt es ja doch noch mehr. Das ist es. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann ist er trotzdem durchgelaufen, dann hat mir das doch nicht weggebracht, aber dann sieht man mal, wie langsam die Tuchproduktion wirklich läuft. Hätte ich ja gar nicht freiräumen müssen. Wieso sagt mir das keiner? Minu, 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 Minu. So, und hier haben wir auf jeden Fall auch noch Träger frei. Ne, das machen wir tatsächlich erst, wenn wir entsprechend auch einen Auflieger da haben. Da haben wir genug von. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier am Hof noch was haben, was wir da hinfahren lassen können. Ich glaube, den Plattformer, ne? Der gehört auf jeden Fall dahin. Mal eben gucken. Ich meine, ich habe schon das Update drauf gemacht. Ne, Update ist noch nicht drauf, oder? Ne, ich glaube nicht. Oder habe ich mich vertan? Ich wollte es aufmachen, das weiß ich. Ne, da gibt es nämlich diese Gefahrgut-Tafel drin. Aber ist auch nicht schlimm. Der funktioniert auch vor dem Update noch hervorragend. So, und wir wollen nicht zur Logistik, sondern, ich habe ja extra hier, ähm, ich habe auf jeden Fall was angelegt. Nicht Wehberei. Da habe ich doch Wehberei angelegt. Ne. Hört mal. Logistik ist hier. Ich lasse den mal zur Wehberei fahren, aber ich bin sicher, die Wehberei ist woanders, oder? Wehberei. Doch, tatsächlich. Hätte ich vielleicht Industriegebiete nennen sollen, oder so, ne? So, hier. Oh ja, hier haben wir noch die Milchproduktion am Start. Guck mal, die habe ich schon total vergessen, aber wir haben einfach mit zu viel zu tun. Hier, das passt. Hier, Trigger, das ist schon fast voll. Ach, hier geht aber auch vorne noch weiter, sehe ich gerade. Papier können wir dahinter noch, geht dahinter noch Stapel da, das ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall noch, boah, das ist so laut hier. Gut, ja, blöd, dass die Milchproduktion natürlich noch nicht läuft. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was die braucht, muss ich zugeben. Wo sind denn nochmal die Trigger zum Anliefern? Salz braucht die, ne? Oh ja, da müssen wir ja noch schreiben, wo es hin soll. Karton Empty Pellets. Ja, die haben wir ja dahinten, da könnten wir auf jeden Fall reinfahren. Milch haben wir noch nicht. Salz ist genau das Thema, nämlich die müssen wir natürlich nur einbauen. Und Zucker. Zucker haben wir auf jeden Fall, aber die Salznummer müssen wir natürlich noch machen. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwo hin platzieren. So, der fällt auf jeden Fall dahin, da können wir dann auf jeden Fall auch mal was abladen. Da steht da nicht verkehrt. So, und du mein Freund, dich bringen wir nochmal eben vorne hin. Hier können wir noch ein bisschen aufräumen. Ja, die anderen hier, ein paar von den Containern werden wir einfach runterbringen. Und ein paar andere werden wir wegstellen. Das ist so. Okay, ein Fahrer ist bei der Weberei angekommen. Nullauf. Ja, aber die Aufflieger, die behalten waren. Aber den Anhänger können wir vielleicht noch wegbringen. Ich glaube, so viel brauchen wir dann doch nicht. Hier haben wir auch noch. So, wieso steht denn hier ein LKW ohne Auflieger? Das ist ja Quatsch. So, da ist nur noch Stroh drin tatsächlich. Aber das ist eigentlich genau das richtige Ding zum für die Fütterung hatten wir das immer verwendet. Ja, dann lassen wir den auch. Den lassen wir auch dafür stehen. kommen die anderen und zwar den hier so stehen. Wie gesagt, ihr wisst, das ist hier ein kompletter Umbau. Da wird hier richtig Aktion gemacht. Hier kommt der große neue globale Markt hin. Aber ich denke, einen Trailer können wir nachher nochmal wegfahren. Mal gucken, was haben wir denn hier alles. Hauptfahrer sollten wir aber schon auch mal drei fahren lassen und besser auch nie. Also ich würde jetzt kein Krampel wegfahren. Aber wir haben da noch diesen kleinen Auflieger und den Case Borer dahinten mit dem Container auf der in der Halle drin stehen. Die können wir auch weg fahren. Die zwei Feldbinder brauchen wir auch nicht. Einer würde uns eigentlich reichen. Ja, vielleicht fahren wir dann mal gleich einen noch zum Shop runter. Aber das ist schon enorm, was hier an Logistik Zeug da mittlerweile rumsteht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Container da wegbekomme. Da sage ich euch auch ganz ehrlich. schon noch eine kleine Herausforderung mit dem Kalmar nachher nochmal irgendwie wegstapeln. Achso, ich wollte erst den hier wegfahren. Der kleine Mahindra steht da auch noch. Mit dem bin ich das allererste Mal über diese Karte gefahren. Schock bitte. Und oh nein. Ach Gott, die Halle steht auch noch aber die wollten auch voll stehen lassen. Junge, Junge, Junge. Was denn hier mit dir? Gärreste hast du noch drin? Eine ganze Menge sogar. Ach das war dieses Ding mit dem fast der unendlichen Gärreste. Das war das Problem. Wenn ihr den Deckel oben nicht aufmacht, dann werden Gärreste nicht rausgezogen. Aber ich habe die halt mal zum Feld eingeliefert. Ich glaube, ich nutze das hier tatsächlich. Der hier war, glaube ich, für Korn. Mal gucken. da ist nichts drin. Wisst ihr was? Ich schmeiß den Feldbinder raus. Die hatten auch so ein paar Fehler. Obwohl, wisst ihr was? Schreibt es mir rein. Soll ich den Feldbinder drin lassen? Wollt ihr den nochmal sehen? Oder schmeißt wir den wirklich raus? Könnt ihr gerne mitbestimmen? Aber liebe Leute, während hier am Shop schon wieder Stau ist, würde ich sagen, wünsche ich euch für heute einen schönen Tag und denkt dran, morgen 11 Uhr geht es los. Dafür bereite ich hier gerade alles vor. Bis dahin, alles Gute, bye bye und ade. Bis dahin,